Ja und herzlich willkommen zurück zu Angerfoot. Beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass die Facecam vielleicht besser in der linken Ecke ist als bei der rechten Ecke. Von daher bin ich jetzt auf der linken Seite. Und heute geht es weiter mit den Kontaminierern mit dem ersten Level weggespült. Pursue schießt den Level nur mit dritten ab, nicht die 50 Kakerlaken. Könnte beides möglich sein. Mal schauen. Ah, gut. Ist das unser Auto? Sehr schön. Hey, was geht? Bist du ein Plünderer? Ich wurde schon seit Tagen nicht mehr ausgerannt. Ich bekomme langsam das Gefühl, dass mich niemand mehr mag. Oh, Manni. Naja, gibt's sonst hier nix drin? Polizei. Ohohoho, fies. Ein Waschsalon. Dieser Laden wurde verkauft. Er verkauft nicht einmal etwas. Vermutlich wird hier nun kein Wasch. Du, das ist ein Waschsalon. Was erwartest du? Wird auch mit dem Vapen aufgehört. Und kommen jetzt für die Dämpfe hierher. Was ist das? Würde mal Himmel Vapen. What? Dieses grosse Gebäude ist verdächtig. Es riecht nach verrottetem Fisch. Und brennendem Müll. Und Fäkalien. Und etwas Limette. Okay. Gut, wenn ihr hier die ganzen Müllsäcke verbrennt, ist es klar. Jemand hat uns das letzte Hemd geklaut. Wir haben es nicht mal bemerkt. Das ist schon eine beachtliche Leistung. Wir versuchen nur, uns warm zu halten. Der Duft ist eine nette Beikappe. Ich helfe dir dabei. Ich bin so fies. Wait. Wer bist du denn bitte? Kann man da hoch? Okay, geht nicht. Schade. Du siehst nach Ärger aus. Komm rein. Die kontaminiert lieben Ärger. Ich könnte Hilfe beim Entladen dieser Kisten brauchen. Und wie braucht man überhaupt so viele Pümpel? Gute Frage. Nächste Frage. Da ist jemand ziemlich auf Energy-Trinks. Wie viel können wir eigentlich trinken von denen? Ich glaube, schnell geht es nicht mehr. Ich muss diese Dosen ausdrücken. Damit ich sie auf den Boden werfen kann. Wenn ich Müll produziere, falle ich vielleicht den Kontaminieren drauf. Ja, ne. Schleimbürdel war wie ein Bruder. Hat uns immer gemobbt. Keine Ahnung, was ohne ihn mit den Vitaus passiert. Keine Ahnung. Ich weiss es auch nicht. Hast du schon gehört? Schleimbürdel ist tot. Was sollen wir jetzt tun? Ich überlege mich, den Kontaminierer anzuschliessen. Oder mit Lacrosse anzufangen. Gute Idee. Ich helfe dir dabei. Gerne. Oh ne, die Arme. Alles wird gut. Schleimbürdel mag tot sein. Aber das Verbrechen lebt weiter. Ah, die armen Schleimbürdel. Ich mache das eigentlich bloß, weil ich gesehen habe, dass irgendwo ein Achievement offen ist. Wenn man alle Vögel in dem Level umbringt. Gut, ich glaube wir müssen wohl hier in die Wohnung rein. Ich gehe jetzt mal schauen. Shift. Da war gar jemand in der Badewanne. Oh shit, okay. Gut. Ich seh schon. Das war grandios. Was? Was zum Teufel? Okay, von hier kommen wir grad. Wir müssen Kakelaken umbringen. Ich glaube mindestens 20. Ein Speedrun wird es hier wahrscheinlich nicht unbedingt. Wenn wir diese ganzen Kakelaken umbringen müssen. Aber in hier haben wir wieder mal 60 erst. Ich glaube ich hab viele übersehen von den Dingen. Was ist das denn? Was ist das denn? Okay. Okay. Ich muss hier grad kurz noch ein bisschen wieder rein kommen. Vor allem weil es ja andere Gegend sind. Okay Kakelaken. Irgendwo, nirgends. Ich bin genau dahinter. Eingesprintet. Schade. Junge. Gut. Und ich muss wieder ein bisschen reinkommen. Ich liebe manchmal ein bisschen langsam machen und... Ausweichen. Ausweichen. Der wird fast explodiert. Ich weiss halt leider nicht ob man immer wieder... ...einen neuen Durchgang äh... ...ganzen Kakelaken weg springen. Umbringen muss. Das meine ich. Okay. Das Aufwand ist gut. Aber gefährlich. Kurz mal... ...blicken lassen damit ich mich sehe. Kurz reinpiechen. Ich hoffe es gibt mehr als 20 Kakelaken. Das wäre ein bisschen doof. Ich hoffe es gibt mehr als 20 Kakelaken. Das wäre ein bisschen doof. Okay. Noch ein Skelett. Sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Diese Explosionsdinger sind echt äh... Shit. Das habe ich glaube ich schon ein paar mal erwähnt. Ja ne. So geht es nicht. So geht's, okay Gut Okay, gut zu wissen, dass man es auch Explodieren lassen kann Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich seh ja nix mehr. What the fuck? Einfach den Kopf abgebissen von den Viehchen. Crazy, okay. Nass. Die kann man nicht essen gut. Jetzt aufpassen. So. Ernsthaft? Das explodiert gleich von mir. Da war ich jetzt selber doof, ich weiß. Also ja, ne, ich dachte eigentlich, ich würde sich alles behalten. Shit. Sie haben sich gegenseitig getötet. Okay, jetzt mal ein bisschen langsamer. Wir müssen da durchkommen. Oh, der Kick ist mega nice. Das war doch. Oh, der Kick ist mega. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Oh, ich bin da. Komm her, komm her, komm her. Wah, schau mal. Oh schau mal. Oh, schau mal. Let's Start. Okay. Okay No way out Ah What? Oh shit Oh Gott Das war knapp Du saß da auf dem Klo Das war gerade wieder knapp Aber ein nice Versteck Ich dachte nämlich schon ob die Tür auf geht oder nicht Was? Oh Achtung So Oh shit, 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 shit Oh fuck man Da waren so viele Explosionsdinger Ich wollte da nicht rein crashen Die müssen diese ganzen Kakerlaken noch tausend machen Kaput worden Schade Ich weiß dass ich hab jetzt die Schnauze voll Ich weiß nicht Na ja Aua Aua Do Green Im Das ist die Kakerlakenklemmchen wir mitnehmen Wachter 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 Ich habe die eine Tür übersehen und mich gerade Hat er seine Waffe hingeschmissen Da Wait da war noch kein Klagen drin oder No way out Okay hätten wir Okay das haben wir bloß die Dinge Okay eigentlich wäre es ein mega cooles Level Ich hoffe wenigstens das Hä 55 Kakerlagen da gibt es doch gar nicht so viele Okay weird wir gehen weiter Aber ich sehe gerade Das machen wir erst in der nächsten Folge Denn das Level hat ziemlich lange gedauert Vielen Dank fürs Zuschauen Hier bei Angerfoot und bis zum nächsten Mal Haut rein Tschüss